Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi. Im Zweifel bin immer ich dran mit dem Intro und damit begrüße ich herzlich wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content-Creator, Mediengestalter, YouTuber, alle, die es werden wollen, alle euch da draußen, die gerade diese Stimme hören. Und ich darf wie immer begrüßen meinen Mithost, den Fabi. Ejo, was geht, Fabi? Ejo, was geht, Toni? Ejo, was geht, Zuhörer? Und Ejo, was geht, Marius? Ejo, was geht, Bild und Ton, Podcast und Zuhörerschaft? Es ist sehr schön, dass du da bist, Marius. Wir haben dich heute als Gast eingeladen zu einem Thema, das uns alle drei in irgendeiner Form schon bewegt hat. Und zwar ist es nach der Ausbildung zum Mediengestalter. Was kommt dann? Also was ist der nächste Schritt? Weil es ist ja nicht automatisch so, dass man die Ausbildung fertig hat und dann ist man bis ans Ende seines Lebens froh, sondern es passieren da auch noch zwischendrin so ein paar Sachen, sage ich mal, weil man hat ein paar unterschiedliche Optionen. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht können wir direkt als erstes mal einsteigen, Marius, indem du uns erzählst, wie es bei dir direkt nach der Ausbildung erstmal weitergegangen ist. Also was die Option war, die du als erstes genommen hast. Also die Option, die ich als erstes genommen habe, war tatsächlich, dass ich erstmal weiter bei meinem Betrieb bleibe. Was ich lange Zeit nicht gedacht hätte, wo ich eigentlich immer gedacht habe, ich werde diesen Betrieb so früh wie möglich verlassen, weil ich das ja als Beispiel von den Köchen genommen habe. Da weiß ich nämlich aus einem Gastropodcast, dass es da eigentlich gang und gäbe ist, dass man da eher sagt, man geht nach der Ausbildung zu einem anderen Betrieb, weil man dann schon drei Jahre eben zum Beispiel in dieser Küche war und da gekocht hat und halt einfach nichts mehr lernt. Und das war damals eigentlich mein ursprünglicher Antrieb, da nicht weiterzumachen, mich aber dann doch dazu entschlossen habe, da weiterzubleiben und noch gut zwei Jahre dann als Angestellter quasi da noch dran zu hängen. Ja, natürlich ist auch immer eine Bedingung dafür, dass man es so machen kann, wie du es jetzt gemacht hast, dass man auch tatsächlich übernommen wird. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, beim Mediengestalter Bild und Ton ist es die Mehrheit schon der Leute. Aber es gibt, glaube ich, auch Leute, die nicht direkt übernommen werden, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich könnte dir jetzt echt keine Statistik sagen. Ich habe so ein Bauchgefühl, das würde mir sagen, so 50 Prozent bleiben da, wo sie sind und 50 Prozent sind nicht da, wo sie sind. Aber die Gründe, warum wer wo bleibt, sind zum einen Teil dann die Übernahme, aber zum anderen muss es ja nicht zwingend die Übernahme sein, dass man die nicht bekommt, sondern das auch geht. Also ich könnte es auch mal sagen. Das ist auch keine Ahnung. Ja, klar. Und es ist natürlich so, bei der Mediengestalter Ausbildung ist es auch sehr unterschiedlich, wo man dann landet. Also weil es gibt sehr unterschiedliche Betriebe einfach, die diese Ausbildung anbieten. Es gibt da von den regionalen Fernsehsendern über kleine Medienproduktionen, die so Imagefilme für Firmen machen oder ähnliche Projekte. Und was, glaube ich, auch für ganz viele der Fall ist, die nach der Ausbildung so einen ersten Schritt machen, ist, dass du in eine Firma gehst, die keine eigene Medienabteilung bisher haben und da die Medien übernimmst, so vor allem im Marketingbereich. Das ist ja was, was der Fabio und ich zum Beispiel gemacht haben nach der Ausbildung, dass wir zu einer mittelständischen Firma gegangen sind und da dann für den gesamten Medienbereich zuständig waren. Das ist doch ganz gut zusammengefasst, Fabio, oder? Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich glaube, also der Weg, ich weiß jetzt nicht, ich spreche jetzt mal nur aus unserer Abschlussklasse, sind, glaube ich, auch wir zwei die einzigen, die diesen Weg eingeschlagen sind. Aber ich glaube, da wird es in Zukunft hingehen. Ich glaube, dass viele, also es wird vermehrt vorkommen in den nächsten Jahren, dass Medi-Bild-Toast nach der Ausbildung solche Arbeitswege einschlagen werden, weil ich glaube, dass einfach so Agenturen, die werden aussterben. Bin ich überzeugt davon, weil es einfach besser ist, wenn man jemanden In-House hat und einfach ein In-House-Marketing betreibt, weil man sich einfach viel besser absprechen kann. Es ist auf jeden Fall günstiger und das hat einfach einen besseren Langzeiteffekt, wenn du einfach bei dir im Haus jemanden hast, der das alles übernimmt. Ja, das ist eigentlich eine spannende Frage, wie es da in den nächsten Jahren weitergeht, weil du sagst jetzt, du glaubst, dass so klassische Agenturen so ein bisschen aussterben werden. Es ist halt immer noch das Ding, da hast du halt eine Gruppe von Experten, die vor allem größere Projekte machen können. Ich meine jetzt so in die Richtung so mittelständische und kleinere Unternehmen, die werden wahrscheinlich sich eher jemanden einstellen, als zu einer Agentur zu gehen. Bei den großen Firmen wird es so bleiben, dass die sich irgendeine Agentur holen, aber die haben ja auch kein Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal, sondern die beauftragen dann einfach für einen Jahresvertrag irgendeine Agentur, die das dann ein Jahr betreibt und dann vielleicht holen sie sich im nächsten Jahr eine andere Agentur oder die beauftragen weiterhin die Agentur, die sie da haben. Aber die haben halt auch die Kohle dafür, dass sie da wirklich regelmäßig Agenturen beschäftigen können und das ist, glaube ich, ein Weg, den die kleineren und mittelständischen Unternehmen nicht so gehen werden. Gerade auch, weil so regelmäßiger Content und Output einfach immer wichtiger wird und das ist, glaube ich, das ist dann einfach ein zu hoher Kostenpunkt, den sich, glaube ich, kleinere und mittelständische Unternehmen einfach nicht mehr leisten können. Das war tatsächlich bei uns auch ein ähnlicher Fall, weil bei uns werden auch eine Inhouse-Agentur, wirklich, keine Ahnung, ich sage jetzt eine willkürliche Zahl, 15 Jahre lang und die ist, ich möchte sagen, 2019 mehr oder weniger aufgelöst worden, weil da waren drei quasi angestellt und davon sind zwei gegangen und dann der Leiter und dadurch ist das quasi bei uns einfach weggefallen. Und wurde bei uns auch durch selbstständigen Lösungen oder sehr kleine Agenturen quasi gelöst, unsere Inhouse-Sachen und die, wo wir gegangen sind, sind dann auch zu einem Autohaus gegangen, die dann da quasi deren Marketing und so Geschichten auch gemacht haben und hergestellt haben. Und es spricht auf jeden Fall dafür, was du sagst. Aber ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, dass jetzt Agenturen aussterben, ich glaube, das, ja, ich glaube, es ist einfach sensibler, vor allem im so KMU-Bereich, dass die sehen, dass es da einfach viele Leute gibt, weil jetzt so unsere Generation eine hohe Mediengeneration natürlich ist, natürlich YouTube-bedingt und sowas. Und wenn da jetzt ein großer Markt besteht, nicht nur Ausbildungsseite, sondern auch Studierendenseite, dass da einfach viele Leute sind, die theoretisch das alles können. Und dann ist es natürlich irgendwie naheliegend, wenn man sich da, keine Ahnung, ein bis fünf Leute irgendwie einstellt, die das für einen machen. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Da war Flyeralarm, glaube ich, war auch eine Firma, die da relativ früh angefangen hat, eine eigene kleine Medienabteilung aufzubauen, die halt hauptsächlich oder ursprünglich dafür gedacht war, den eigenen Bedarf an Werbung und so weiter abzudecken. Aber die dann auch irgendwann angefangen haben, für externe Projekte sich halt anzubieten und das dann auch noch mit zu übernehmen. Also gerade weil Kunden, die sagen, ja, ich bin eine Firma, ich habe keine eigenen Medienleute, ich will bei euch drucken, aber ich will auch, dass ihr mir das ganze Druckprojekt dann vorbereitet. Könnt ihr es auch machen? Da hatten die so eine Agentur mit drin. Also das kann ich mir auch vorstellen, das ist was, was schon irgendwie wächst. Vor allem, wenn ich mir auch anschaue, wie viele Firmen mittlerweile auch Medien nutzen als Plattformen zur Werbung, dass das klassische Marketing so ein bisschen, ein bisschen mehr so in Richtung Content-Marketing geht. Also viele Firmen, die schon einen eigenen Podcast starten, die einen eigenen YouTube-Channel haben. Social Media muss eigentlich fast jede Firma mittlerweile schon haben. Also muss natürlich nicht, aber hat eigentlich mittlerweile fast jede Firma schon. Und ich glaube, dass das, das wird nicht weniger werden in den nächsten Jahren. Ich glaube, ein Grund ist auch, dass halt im Vergleich zu heute, sagen wir mal vor zehn Jahren, hat es auch einfach nicht die geballte Fachkraft gegeben, die heutzutage da ist. Also damals hat es halt Spezialisten gegeben, keine Ahnung, das waren, da haben wahrscheinlich die Klassen damals auch, da waren keine 30 Leute drin in der Klasse, sondern die waren halt vielleicht zu fünft oder so. Und die sind halt dann zu solchen Agenturen gegangen, weil vielleicht war damals auch noch nicht die Zeit dazu, dass man gesagt hätte, okay, man, oder der Bedarf war noch nicht da, dass eine Firma sagt, ich hole mir jetzt einen eigenen Medien-Dude, der das alles übernimmt. Aber jetzt ist halt die Zeit und Fachpersonal, es ist wieder immer mehr. Und ich glaube, das entwickelt sich einfach so dahin. Ja. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Ding, was für uns als Mediengestalter dann auch wichtig wird, weil es immer mehr Leute gibt, die sich das freiberuflich oder nebenbei aneignen. Also du kriegst, wir haben natürlich sehr, sehr viel gelernt in dieser Ausbildung und das kannst du dir nicht alles so easy selbst drauf schaffen. Aber es gibt viele Leute, die jetzt hobbymäßig anfangen mit Fotografie, die dann ins Filmen übergehen und mit YouTube-Tutorials und so weiter auslernen. Keine Ahnung, wie leuchte ich was aus, wie mache ich ein schönes Bild und die da echt fit werden innerhalb von einer kurzen Zeit. Das heißt, das ist dann auch ein Feld, es gibt immer mehr Talente da draußen, die sowas machen. Und einerseits werden dann natürlich mehr Leute in Firmen angestellt. Andererseits heißt es dann natürlich auch als Mediengestalter, man muss noch schauen, dass man sich irgendwie so ein bisschen abhebt, immer dran bleibt und sich einfach nicht abhängen lässt. Also diese Ausbildung kann ein großer Vorteil sein. Und das ist ein guter Punkt, wenn ich die Brücke zurückschlagen kann, weil wir gerade irgendwie der KMU-Podcast werden im Medienbereich, nämlich zurück zur Ausbildung, dass man nach seiner Ausbildung, wenn man die fertig hat, natürlich nicht alles weiß, was es gibt, sondern sich natürlich auch neue Dinge drauf schaffen darf und kann und soll. Nämlich unter anderem in der großen Welt des Internets, in YouTube-Tutorials und was weiß ich, wo sich bestimmt jeder von uns auch oft verliert und es natürlich eine Sache ist, die nicht ausgeht, dass man was dazulernt, sei es jetzt wie gesagt auf YouTube oder eine Fortbildung oder ein ganz anderer Beruf. Also das Schöne nach einer Ausbildung, aber auch das Beängstigende, dass einem da immer noch genauso alle Türen auch offen stehen, die man machen will. Man kann ja, es muss jetzt nicht mal Mediengestalter-Ausbildung sein, du kannst noch mal eine Ausbildung machen oder noch mal studieren oder irgendwas. Es ist im Endeffekt eigentlich nur wichtig zu wissen, was willst du machen. Darum kann man die Frage, was dann eigentlich gar nicht beantworten, weil das echt so eine individuelle Frage ist, die jeder für sich selber beantworten muss. Ich hätte jetzt zum Beispiel, wie der es der Daniel gemacht hat, mäßig Lust gehabt danach, zu so einem Unternehmen zu gehen, die Produkte herstellen, die mich überhaupt nicht interessieren. Weil es aber völlig legitim ist, weil wenn es sein Ding ist, why not? Klar, also weil das Ding ist natürlich auch, muss man glaube ich dazu sagen, der Markt für Jobs für Mediengestalter ist auch nicht riesig. Also es ist auch nicht immer so, dass man sich genau aussuchen kann, ich will jetzt bei einer Agentur arbeiten, ich will bei einem KMU arbeiten oder ich will jetzt bei einem Fernsehsender arbeiten. So easy ist es nicht. Deswegen, manchmal muss man dann auch die pragmatische Wahl treffen und sagen, okay, was ist bei mir in der Nähe oder was ist ein gutes Jobangebot oder sowas. Das ist natürlich immer klar. Aber wie der Marius schon sagt, ich glaube, es ist immer gut, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, wo es ungefähr hingehen soll. KMU heißt übrigens kleine oder mittelständische Unternehmen, Abkürzung. Genau. Der ist der, der es nicht weiß. Sehr gut. Genau, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Marius, und wir kennen da auch ein paar Leute, die es gemacht haben, die jetzt gesagt haben, ich habe jetzt diese Ausbildung gemacht, das war für die vielleicht der erste Bildungsweg und die jetzt dann noch ein Studium hinten dran hängen. Und das kann ja in unterschiedliche Bereiche gehen. Also ein Bereich ist natürlich, dass man sowas wie auch Medienwissenschaft, Medienmanagement oder sowas studiert. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Kumpel der BWL jetzt noch studiert. Das ist dann, kann natürlich auch was mit Medien zu tun haben oder nicht. Also das kann natürlich heißen, vielleicht hat mir die Ausbildung nicht getaugt. Auch das sollte man sagen, ist vollkommen legitim. Wenn ihr sagt, okay, ich habe gemerkt, das ganze Filmen und Schneiden und so, macht mir eigentlich gar nicht so viel Spaß, dann könnt ihr auch was anderes machen. Und vor allem, das ist mir natürlich ganz wichtig, ist es auch nicht schlimm, wenn man was anderes macht und wenn man einfach feststellt, dass diese Ausbildung nicht das sinnerfüllende war. Weil ich jetzt bei eurem Live-Tag öfter mal in eurem Twitch-Chat rumgeschaut habe, haben viele geschrieben, dass es der Traumjob ist, diese Ausbildung zu machen. Was sehr schön ist, dass das so ist. Aber nicht jeder wird sich diesen Traum erfüllen, was nicht heißt, dass es jedem passiert. Aber es wird sicherlich Menschen geben, die merken, dieser Job gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich möchte irgendwas anderes tun. Und dann ist es sowohl nicht schlimm, diese Ausbildung abzubrechen, als auch nicht schlimm, danach noch was komplett anderes zu tun. Ja, richtig. Also klar ist das auch irgendwie eine finanzielle Frage und steckt da viel mehr dahinter, aber du hast dieses Wissen und das kann dir auf jeden Fall nicht schaden, wenn du danach, keine Ahnung, eine Schreinerlehre von mir ausmachst. Oder gehst du nochmal ins Ausland, keine Ahnung. Das ist einfach völlig egal. Du hast dieses Wissen zu dem Zeitpunkt, wo du es gemacht hast und das kann dir erstmal keiner nehmen. Ja, das kann man generell, das ist glaube ich ein wertvoller Tipp jetzt nicht nur für die Mediengestalterausbildung, sondern für jeden Bildungsweg, den ihr geht. Und da kann ich auch nochmal kurz die Parallele zu mir ziehen. Ich habe vor der Ausbildung habe ich studiert und zwar nordische Philologie, also Skandinavistik im Prinzip. Da habe ich irgendwie lustig über skandinavische Sprachen und Literatur und Kultur gelernt und in meinem aktuellen Berufs-Arbeitsalltag bringen mir diese Sachen, die ich da gelernt habe, konkret relativ selten was. Aber trotzdem war es einerseits eine spaßige Zeit, eine wertvolle Zeit und vor allem lernt man ja auch immer andere Sachen, quasi so Soft Skills. Also wenn man im Studium zum Beispiel lernt, sich selbst Wissen drauf zu schaffen, innerhalb kurzer Zeit Zusammenhänge zu verstehen. Lauter solche Sachen kommen einem später auch zugute. Und genauso ist es auch mit der Mediengestalterausbildung. Das kann dann praktisch sein, selbst wenn ihr was anderes macht, wenn ihr technische Zusammenhänge verstehen wollt, wenn ihr vielleicht dann auch irgendwie mal hobbymäßig irgendwelche Videos drehen wollt oder ähnliches oder gerne Fotos macht, kann euch in jedem Bereich helfen. Deswegen, man sollte sich glaube ich nie vollkommen ärgern über irgendeinen Bildungsweg, den man eingeschlagen hat. Und es ist auch nie zu spät, noch was anderes zu machen. Marius hat ja glaube ich auch studiert. Du hast Mathematik und Physik, glaube ich, studiert, oder? Ich habe zweimal was studiert. Ich habe erst nach dem Abi Mathematische Physik studiert, was du fast richtig ausgefroren hast. Das habe ich aber offiziell zwei Semester getan und davon war ich wirklich, glaube ich, ein halbes Semester in der Uni. Das hatte eigentlich auch eher versicherungstechnische Gründe. Mich hat das Thema schon interessiert, aber es war einfach auch zu heavy. Es ging nur, dass halt so Versicherungen weiterlaufen. Ich weiß nicht, soll ich das eigentlich öffentlich im Podcast sagen? Aber ich habe da de facto trotzdem studiert und egal. Und weil mein eigentlicher Plan war, dass ich nämlich dann Luft- und Raumfahrttechnik studiere und lustige Fluggeräte gestalte, was nicht geklappt hat. Darum habe ich danach Maschinenbau studiert in Nürnberg, was auch nicht geklappt hat und was ein fürchtliches Studium ist, was mir thematisch gar nicht interessiert, mathematisch interessant ist, mehr aber auch nicht. Und dann dachte ich mir irgendwann, jo, mache ich da was ganz anderes und dann kam ich im Endeffekt auf diese lustige Medi-Bildo-Ausbildung. Das ist auch geil, weil das einfach alles unterschiedliche Sachen sind, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Ja, nicht unbedingt, ehrlich gesagt, weil du hast ja die Verbindung mathematische Physik und Maschinenbau, da gibt es schon Parallelen auf jeden Fall. Und auch, muss ich sagen, das war dann auch eher halb sinnvoll, ehrlich gesagt, die Inhalte in der Ausbildung, wenn es dann so um Kameratechnik ging. Vor allem so Stromgeschichten, wie so eine Kamera aufgebaut, irgendwie auch Bit-Berechnungen, wenn es um Digitalstrom geht und sowas. Das war auch schon alles in diesem ganzen Studium irgendwie vorhanden. Was mir da auch weitergeholfen hat, möchte ich nicht sagen, weil es auch nicht so unfassbar schwer war, finde ich, den Inhalt. Aber das darf jeder selber für sich entscheiden. Aber es gibt auf jeden Fall schon Berührungspunkte tatsächlich und manchmal auch mehr, als man denkt. Und weil wir auch noch vom Studium nach der Ausbildung gerade gesprochen haben, wir haben ja auch zum Beispiel einen Kumpel, der jetzt BWL studiert, nach der Ausbildung noch. Und der hat zum Beispiel während der Ausbildung auch festgestellt, dass er weniger so diesen Produktionsteil mag, also dass er irgendwie Kameraführung und Videoschnitt, das macht ihm so viel Freude überhaupt nicht. Aber was ihm zum Beispiel super taugt, ist die Organisation und die Produktion quasi, also die Produktionsleitung, wenn man so will. Weil er ist sehr, sehr gut darin, Kontakte zu knüpfen. Produzent praktisch. Genau, also im Prinzip die Sachen zu machen, die ein Produzent macht, nur dass er halt nicht so stark den Fokus auf Inhaltliches hatte. Aber auch das ist natürlich wichtig, weil auch in der Medienindustrie ist es ein Vorteil, wenn du, keine Ahnung, du hast ein BWL-Studium und du kennst dich aber mit der Medienproduktion aus, dann kann das sehr gut für dich sein. Weil jede Medienproduktion braucht ja auch Leute, die hinter den Kulissen, nenne ich es jetzt mal, die die ganzen Fäden ziehen, die das ganze Finanzielle abhandeln, die irgendwie die Kameracrew einkaufen oder die Soundcrew oder die sich darum kümmern, dass alles abläuft. Und all dieses Management, das kannst du halt zum Beispiel, wenn du die Ausbildung gemacht hast und danach BWL studierst, könnte das genau der richtige Weg sein, damit du auch so in der Medienbranche bleibst, aber halt nicht als Mediengestalter. Ja, vor allem, da hast du halt gleich mal so einen übrigen Pluspunkt, nicht nur bei der Bewerbung oder so, sondern einfach auch, die Crew ist dir einfach auch dankbar, wenn sie einen Produzenten hat, der sich einfach rauskennt, wie was gemacht wird. Wenn du dann zum Beispiel, ich habe ein paar Beispiele, der Marius wird das auch gerne, der hat ja auch beim Fernsehen gearbeitet. Wenn es dann so Leute gibt, die im Marketing gearbeitet haben, dass irgendwelche verkauften Beiträge irgendwie an Firmen verkauft haben, dann haben die denen irgendwelche Sachen angeboten und verkauft, die technisch einfach nicht umsetzbar waren. Also sowas ist einfach saugefährlich, wenn du irgendwelche Trottel hast, die was verkaufen, aber keine Ahnung haben, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist. Deswegen ist es eigentlich Gold wert, wenn du jemanden hast, der sich da zumindest ein bisschen drin auskennt. Und das kann halt auch einfach richtig geschäftsschädig noch einfach sein, weil wenn du einen Verkäufer hast, der sein Produkt nicht kennt, dann bringt dir da auch einfach der Verkäufer nichts, weil der kann von mir aus dann echt gute Preise raushandeln, so. Aber wenn du es halt wirtschaftlich produzieren kannst, ist es halt auch einfach Müll, weil dann kannst du es auch einfach lassen, so. Mein Vater verkauft Versicherungen und der sagt immer, das Wichtigste, was er als Verkäufer wissen muss, ist, dass der halt einfach sein Produkt kennt, so. Der muss halt wissen, was verkaufe ich, Punkt. Und darauf kommt es an. Und genauso im Medienbereich, du verkaufst eigentlich ein fiktives Produkt im Idealfall, ein Video, ein Livestream, bla bla bla, das existiert ja an sich nicht. Und darum musst du ja erst recht wissen, was kann dieses Produkt oder was ist dieses Produkt oder wie wird es hergestellt? Sonst kannst du einfach nur eine Zahl in den Raum werfen. Ja, weil ihr gerade so vom Produkte verkaufen redet, beziehungsweise geht ja so Richtung Pitch. Da habe ich mal eine nette Geschichte gehört. Vielleicht kennt ihr auch den Imagefilm vom Gemüsestand in München. Obst. Ich glaube, ja, doch, der ist da an diesem einen Platz. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du meinst. Genau. Und das ist scheinbar die Firma, die es gemacht hat, die sind eben in München. Und ich habe da die Geschichte davon gehört, dass die fast jeden Pitch gewinnen, also für so Imagefilme, ohne dass sie wirklich was gesagt haben. Weil meistens sind es große Firmen, bei denen die eingeladen werden für einen Pitch. Und dann kommt irgendeine Konkurrenzfirma rein und sagt sich, ja, und wir haben uns da was überlegt und irgendwie was Spannendes und cool und so. So hier, wie das mit dem Obststandel da vom Diddy. Kennt ihr das aus München? Und dann zeigen sie das Video so, so können wir das für euch machen. Und dann kommt die nächste Firma und sagt so, ja, und wir haben eine gute Idee. Und das ist dann so, ja, so wie das Video ungefähr. Und das ist eins der am meisten als Beispiel genommenen Videos für einen guten Imageclip. Und am Ende kommen die rein und sagen, kennt ihr den Obststand? Ist von uns. Und dann haben sie den Pitch gewonnen in der Regel. Das ist dann immer, aber das nur als kleine Nebenstory. Könnte aber auch sehr guter Marketing-Move einfach sein, die Geschichte. Voll. Steile Tesa. Vielleicht nie passiert. Nach der Ausbildung zum Mediengestalter hat man ja auch noch die Möglichkeit, das sollte man vielleicht auch noch mit anbringen, einen Meister zu machen, beziehungsweise auch noch einen Ausbilderschein. Das wurde uns auch öfter mal angetragen, dass wir das doch machen können und offensichtlich hat keiner von uns drei das gemacht. Aber damit ihr eben wisst, dass es diese Option auch gibt, das ist dann noch, nochmal, wisst ihr es auswendig, ein oder zwei Jahre hintendran? Ich glaube, zwei sind der Meister und der Ausbilderschein kommt halt darauf an, das wird in der Regel bei der IHK passieren, weil es ein IHK-Ausbildungsberuf ist, da kommt es auf die Kurse an. Ich schätze aber, bei uns gab es eine auf der Arbeit, die hat einen Ausbilderschein gemacht, weil unser einziger Ausbilder gekündigt hatte. Dann hat die das quasi übernommen und ich glaube, die war so einen Monat, anderthalb irgendwie damit beschäftigt, würde ich jetzt sagen, vielleicht zwei. Das ist so grob der Rahmen. Aber das Ding zum Meister, es heißt ja Meister Medienproduktion, da muss man auch noch dazu sagen, dass man den selbst zahlen muss. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war, ich glaube 15.000 Euro oder so. Es ist irgendwas niedriges, fünfstelliges, glaube ich auch, ja. Und du brauchst auch einen Betrieb, wo du quasi diese Meister, das ist ja auch eine Ausbildung im Endeffekt, du musst diese Meisterausbildung quasi machst. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz im Klaren, die ganzen Fakten. Ich glaube, dass das eher so eine Sache war, dass du da mehr so Produktionsplanungsdinge lernst, keine richtigen technischen Handwerksdinge, sondern da geht es eigentlich eher um, weil ein Meister ist ja traditionell dafür da, dass du eigentlich mal einen Betrieb gründest. Du machst da direkt einen Ausbilderschein und dass du halt auch diese ganzen betriebswirtschaftlichen Hintergründe irgendwie bekommst. Dafür ist das ja gedacht. Ich glaube, das war bei uns drei einfach jetzt nicht ein konkreter Fall, weil niemand von uns jetzt einen Betrieb gründen wollte. Genau. Aber an sich, ey, wenn du das echt, wenn du weißt, du willst irgendeine eigene Produktionsfirma machen und du hast diese Ausbildung, kann das sicherlich eine clevere Option sein. Das möchte ich gar nicht ausschließen, weil es bei uns, weiß ich noch, in der Berufsschulklasse eigentlich eher immer alle gesagt haben, was ist das denn für ein Scheiß? Was ich aber eigentlich nicht so unterschreiben möchte, weil es ist sicherlich eine clevere Sache, wenn du es halt brauchst so. Aber bei uns hat es halt keinen interessiert, weil niemand das beim Betrieb gründen will. Ja, das ist so, wenn man versucht, jetzt kommt eine ganz schlechte Parallele, Achtung, wenn man es vergleicht so mit dem Meisterbrief zum Beispiel bei Friseuren und Friseurinnen. Da ist es halt ein Ding, okay, eine Friseurmeisterin, die macht jetzt ihren eigenen Laden auf. Das ist eher nochmal so, dass man dem Ganzen vielleicht mehr Vertrauen schenkt. Bei einer Medienproduktion weiß ich nicht, da könnte ich mir fast vorstellen, dass es, also dieser Meister hat Berechtigung und dass es den gibt. Allerdings ist es dann nicht dieselbe Stufe von Kredibilität. Also ich sage jetzt nicht, ach schau mal, der ist Meister Medienproduktion, dann gehe ich zu dem. Das ist nicht unbedingt der Fall so sehr. Also das ist natürlich eine gute Qualifikation, du lernst da gute Sachen. Aber ich würde sagen, dass es nicht so notwendig ist, gerade für die Selbstständigkeit, wie das in anderen Berufen vielleicht so der Fall ist. Der Meister hat definitiv, vor allem in den ganzen Handwerksbetrieben, wie du richtig sagst, ein Standing, was auch ein Verkaufsargument sein kann. Wenn du da sagst, du bist ein Meister, dann weiß jeder so, ey, du hast richtig Bock auf den Job. Nach dem Motto, das ist halt auch irgendwie eine Visitenkarte, so auf eine Art. Ich weiß nicht, ob das so ummünzbar ist auf unsere Branche, sage ich mal. Ich bin mir nicht so ganz sicher, irgendwie kann halt sein, wenn du halt entsprechend, keine Ahnung, du bist ja nicht auf handwerkliche Berufe irgendwie spezialisiert mit deinem Medienbetrieb. Dann kann das Sinn machen, theoretisch. Aber ich, keine Ahnung, glaube nicht, dass der Meister der gleiche ist wie ein Schreinermeister. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt schon auch noch einen ganz wichtigen Faktor eigentlich angesprochen, schon mehrfach. Und zwar ist es die Selbstständigkeit. Direkt nach der Ausbildung bilde ich mir ein, hat es von uns erstmal keiner gewählt, zumindest die vollkommene Selbstständigkeit. Es ist was, was tatsächlich viele Mediengestalter nebenbei schon machen. Also ich, fast alle, die ich kenne, haben noch ein Kleingewerbe nebenbei angemeldet oder so, sagen wir mal, 60, 70 Prozent der Leute, weil man dann halt nebenher einfach ein kleines Projekt macht. Also man kennt vielleicht irgendeinen Musiker und der will ein Musikvideo machen und dann sagst du, kann ich dir machen. So, geht auf Rechnung. Oder irgendwie jemand will heiraten und sagt, ey, du hast doch da, kannst du nicht unsere Hochzeit filmen. Solche Sachen. Und die Selbstständigkeit ist für viele, glaube ich, erstmal so ein bisschen ein gruseliger Schritt. Aber es ist eigentlich auch, zumindest wenn man es schafft, am Anfang genügend Kunden zu generieren, die dann zu Stammkunden werden können, dann ist das eine absolut valide Option. Ihr seid ja jetzt offensichtlich, genauso wie ich auch, noch zumindest nicht selbstständig. Was waren denn die Faktoren? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? War das was, was für euch irgendwie in Betracht gekommen ist? Also bei mir habe ich es wirklich nicht in Betracht gezogen, weil ich diese Kundenakquise-Sachen einfach, das liegt mir überhaupt gar nicht so. Ich möchte nicht wirklich über Sachen verhandeln, das ist nicht mein Ding. Ich mache lieber andere Dinge und darum war mir diese Selbstständigkeit einfach zu unattraktiv. Und ich glaube, dafür bin ich auch wirklich auf eine Art, das sagt man jetzt auch nicht so gerne, aber zu unselbstständig irgendwie. Weil du musst doch immer einen Tag konkret regeln und du hast halt einfach keinen geregelten Tag offensichtlich mehr. Und ich glaube, damit komme ich nicht so richtig zurecht. Und darum hat sich das, und außerdem wusste ich auch nicht, zu wem ich gehen soll und was ich denn verkaufen soll. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Da musst du halt auch am Anfang verschiedene Kunden irgendwie vielleicht schon haben oder kennen oder irgendwas machen. Und das war bei mir einfach nicht der Fall. Darum hat sich das für mich in keiner Sekunde irgendwie als Option dargelegt. Was ich halt glaube ich ganz, was ganz angenehm ist für jeden in der Selbstständigkeit, aber natürlich dann auch für Mediengestalter, ist denke ich auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du mehr, die Tatsache, dass du mehr Freiheit hast. Du kannst dir deine Kunden mehr oder weniger aussuchen, mehr oder weniger, weil man natürlich um jeden Kunden froh ist, den man kriegt. Aber es kann natürlich auch sein, dass Leute auf dich zukommen und irgendwas von dir wollen, was viel zu viel Aufwand ist. Und die wollen dir viel zu wenig zahlen und dann kannst du auch sagen, nee, mache ich nicht. Das ist schon mal eine Freiheit. Du kannst dir halt alles selbst einteilen. Du musst natürlich auch viele Sachen mehr machen. Das ist auch klar. Das gehört auch mit dazu. Aber es ist halt quasi alles für deinen eigenen Zugewinn. Und du bist in der Regel, sorry, wenn ich nicht überbreche, du bist in der Regel ja auch arztunabhängig. Du kannst überall wohnen, wo du möchtest. Du musst da dann entsprechend eine Reise auf dich nehmen. Und das finde ich tatsächlich gar keinen schlechten Punkt, weil ich kriege das ja auch so in meinem Nicht-Medien-Freundeskreis mit, was die für Jobs haben. Die haben teilweise Mechatroniker oder haben soziale Arbeit studiert, machen irgendwas in dem Bereich. Und jetzt in den beiden Fällen findest du halt in der Regel relativ gut einen Job, sag ich mal. Ja. Und wenn du halt irgendwie sagst, du willst halt jetzt Kameramann, Frau oder was auch immer bleiben, sieht es halt in vier Regionen echt eng aus. Du hast vielleicht zwei oder drei Betriebe und dann kannst du eigentlich vielleicht schon mal über den Umzug nachdenken, wenn du gerade in Berlin wohnst oder sowas. Vor allem, ja. Berlin und du wohnst aber gerade in, weiß nicht, Stuckert. Kastrup-Rauxel. Kastrup-Rauxel. Das ist der Ort, ich liebe den Ort. Du wohnst dann in Kastrup-Rauxel und dann musst du dir halt überlegen, okay, entweder ich bleibe jetzt hier und mache irgendwie was anderes oder ich ziehe halt um. Und das ist gar nicht so einfach, dass man innerhalb des selben Ortes bleibt. Also ich weiß, ich bin jetzt in Augsburg zum Beispiel gerade. Ich meine, das ist eine Großstadt. 300.000 Einwohner ungefähr. Und trotzdem ist es nicht so easy, innerhalb von Augsburg dann einen neuen Job zu finden. Es kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Und das ist halt das Ding. Du bist mit der Selbstständigkeit da meistens weniger ortsgebunden. Das ist ein sehr guter Punkt, glaube ich. Und ich bilde mir ein, dass wir zumindest grob auch die wichtigsten Faktoren oder die wichtigsten Optionen auch damit schon umrissen haben. Man kann auf jeden Fall gut zusammenfassen, vieles davon, was du gesagt hast, Marius. Wenn man irgendeinen Weg einschlägt, heißt das nicht, dass man da bleiben muss. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man nochmal wechselt. Man kann auf jeden Fall immer das Richtige für einen finden, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Selbstständigkeit ist schwierig, kann aber auch Freiheiten mit sich bringen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, versucht irgendwas zu finden, was euch happy macht und wo ihr glücklich seid. Weil wenn ihr bei irgendeinem Betrieb euch abbuckelt und ihr hasst jeden Tag da, dann ist es egal, ob ihr selbstständig seid oder angestellt oder Meister oder Azubi oder Praktikant. Wenn es keinen Spaß macht, dann macht es auch nicht so viel Sinn. Ja, ihr müsst Spaß haben und an zweiter Stelle kommt das Geld. Das ist die goldene Regel, die ich euch mit in die Hand gebe. Habt ihr wahrscheinlich schon 20 Mal gehört, aber... Es ist leider halt wahr. Es ist leider wirklich wahr. Keiner hält sich dran. Jetzt, da ich schon 30 bin, kann ich feststellen, es stimmt. Mit meiner unfassbaren Lebenserfahrung. Ja, Marius, vielen, vielen Dank, dass du uns hier bei dieser kleinen Folge unterstützt hast. Wir werden auch, kann ich jetzt, glaube ich, schon mal spoilern... Ja, Moment, 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 wir müssen ja noch, wir müssen doch noch dem, dem Marius eine neue Arbeitsstätte hier erwähnen, oder? Das ist jetzt geleakt. Das ist geleakt, das sind heiße Leaks hier. So richtig heiß. Ah, ja, da ihr es ja halt wisst, kann ich halt auch nicht verschweigen, ne? Am Ende cool ist einfach... Ja, ich bin... Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, was man nach der Ausbildung machen kann. Nämlich, wie ich im aktuellen Fall nämlich bin, ich bin streng genommen gerade einfach arbeitslos, Leute. Das ist auch eine Option. Weil ich nämlich zum Jahreswechsel gekündigt habe und ab 1.2. in Augsburg zum Daniel ziehe, aber nicht in die Wohnung, sondern in die Stadt. Und da in einer Videoproduktionsfirma, die sich jetzt nur noch auf Videoproduktion beschränkt und nicht mehr im Fernsehbereich wie vorher, werde ich da als Kameramann und als Cutter erstmal arbeiten und da sehr wahrscheinlich viele neue Späte erleben und neue Sachen lernen, worauf sie ankommt. Ja, das ist auch wichtig. Immer weiter lernen, immer weiter Neugierde zeigen, weil alle neuen Sachen sind sehr hilfreich. Sehr cool. Dann möchte ich dir jetzt danken, Marius, dass du bei uns dabei warst und den Spoiler, den ich eigentlich setzen wollte. Das wird mit Sicherheit nicht die letzte Folge gewesen sein, bei der du mit dabei warst. Das freut mich. Es war sehr schön mit euch. Dann vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an Fabi und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Folge Bild und Ton. Die nächste Folge wird bald erscheinen. Wir wissen auch schon wozu, aber ich sage es euch noch nicht. Dürft ihr euch dann überraschen lassen, wenn die neue Folge kommt. Bis dahin, macht es gut. Ciao. 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 Ciao.